Ich habe manchmal so Struggle mit so Gedankenzwängen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also da kommt so ein Gedanke, mein Kopf sagt so, das ist jetzt gerade mega wichtig, dass du da drüber nachdenkst und sage ich, okay und dann hört das aber nicht auf und dann sage ich irgendwie so, muss ich da jetzt immer noch drüber nachdenken und mein Kopf so ja und das ist irgendwann sehr nervig und dann war es während Corona nicht mal, irgendwann nicht mehr nur so nervig, sondern richtig scheiße so, weil man war den ganzen Tag nur so in vier Wänden und hatte nichts außer sich und seinen Kopf. Und ich wusste irgendwie nicht, wie ich damit umgehen soll und ein Versuch des Umgangs war das einfach irgendwie textlich zu verarbeiten und ist folgendes bei rausgekommen. Eine Handlung beginnt stets im Kopf, wo ein Gedanke ihm enteilt, es folgt stets ein Gefühl, welches meist im Bauch verweilt, die Handlung entsteht zum Körper, der sie schließlich vollzieht und dadurch nur nach außen kehrt, was innerlich geschieht. Sagt der Kleinkind Kopf, oh guck mal eine Herdplatte, sagt der Kleinkind Bauch, ob die wohl wirklich so heiß ist, wie Mama immer sagt, sagt der Kleinkind Körper, aua. Sagt der Kleinkind Kopf, hat sie gerade mit ihrem kleinen Finger meinen Ellenbogen gestreift, sagt der Kleinkind Bauch, oh ja und es kribbelt ein bisschen, sagt der Kleinkind Körper, Erektion. Eine Handlung beginnt stets im Kopf, es folgt stets der Bauch, die Handlung endet stets im Körper. Doch plötzlich kommt da ein Gedanke, gut getarnt als Relevanz, er beißt sich tief im Großen fest und fordert dich dann auf zum Tanz und schon zappelst du im Netz, denn ehe du dich versehen kannst, sieht man, wie du ohne Absicht mit dem Zwangsgedanken tanzt. Sagt der Kontrollzwang Kopf, oh guck mal eine Herdplatte, sagt der Kontrollzwang Bauch, ob die wohl wirklich ausgeschaltet ist, sagt der Kontrollzwang Körper, ich gehe noch einmal nachsehen, sagt der Waschzwang Kopf, hat sie gerade mit ihrem kleinen Finger meinen Ellenbogen gestreift, sagt der Waschzwang Bauch, oh shit, Infektionsgefahr, sagt der Waschzwang Körper, ich gehe duschen. Eine Handlung beginnt im Kopf, es folgt der Bauch, sie endet im Körper, sagt mein Kopf, du sag mal die Vorliegen zur Statistik, die macht dir überhaupt keinen Spaß, bist du eigentlich sicher, dass du das Richtige studierst, sagt mein Bauch, weiß nicht, sagt mein Körper, okay, dann holen wir mal unseren Laptop raus und googeln ein bisschen, sagt mein Kopf, oh guck mal, an dieser Uni da, da gibt es einen Studiengang für Jura, Psychologie, Politik, Wissenschaft, Geschichte, Philosophie, Soziologie und Schauspiel auf Lehramt, passt das nicht viel besser zu dir, sagt mein Bauch, oh shit, Ich glaube, ich studiere das Falsche, sagt mein Kopf, du bist falsch, sagt mein Kopf, oh guck mal, diese Frau da, am Tisch gegenüber, die hat doch echt ein ganz süßes Gesicht, bist du eigentlich sicher, dass du die richtige Freundin hast, sagt mein Bauch, weiß nicht, sagt mein Kopf, und sieh mal, sie liest sogar ein gesellschaftskritisches Buch deines Lieblingsautors, sagt mein Körper, Erektion, sagt mein Bauch, oh shit, ich glaube, ich habe die falsche Freundin, sagt mein Kopf, du bist falsch, und Da ist er, der Gedanke, gut getarnt als Relevanz, beißt sich tief im Großen fest und fordert dich dann auch zum Tanz, und schon zappelst du im Netz, denn ehe du dich versehen kannst, Sieht man, wie du ohne Absicht mit dem Zwangsgedanken tanzt, Sag mein Kopf, du bist falsch, 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 sag mein Bauch, scheiße, Mann, was soll ich machen, sag mein Körper, scheiße, Mann, was soll ich machen, sag mein Bauch, ey Kopf, bitte mach mal, warte, bitte mach mal, dass es aufhört, Sag mein Kopf, ich weiß aber nicht wie, sag mein Bauch, du bist der Kopf, überleg dir was, sag mein Kopf, mir fällt aber nichts ein, verdammt, sag mein Körper, es wird mir alles zu viel, Leute, ich mache mir gleich in die Hose, sag mein Bauch, bitte nicht, Sag mein Körper, Leute, was fühlt sich da so nass an, sag mein Kopf, unangenehm, sag mein Bauch, ich habe nichts gemacht, der Körper, was, sag mein Körper, ich habe doch nur auf dich reagiert, sag mein Kopf, jetzt kommt mal runter, ihr beiden, Wir machen einfach das, was wir immer machen, wenn es uns schlecht geht, sag mein Körper, masturbieren, sag mein Kopf, nein, Mann, schrei meinen Slam-Text, sag mein Bauch, okay, worum soll es denn überhaupt gehen, sag mein Kopf, okay, sag mein Körper, okay, jetzt setzen wir uns erstmal hin, Warum soll es denn überhaupt gehen, sag mein Kopf, naja, hm, wie wäre es denn mit dem Thema mentale Gesundheit bei jungen Menschen, sag mein Bauch, du, ich glaube, das war beim Slam noch nie Thema, du bist Brillantkopf, sag mein Kopf, am besten, wir machen es einfach so, dass wir psychische Krankheiten in dem Text in eine gedankliche, eine emotionale und in eine körperliche Komponente unterteilen, um so deren innere Logik zu veranschaulichen, sag mein Kopf, das klingt, sag mein Bauch, das klingt ein bisschen verkopft jetzt, sag mein Kopf, Hals, Maul, sag mein Bauch, das musst du schon im Körper sagen, sag mein Körper, okay, ich fange jetzt einfach mal an zu tippen, erst Kopf, dann Bauch, dann Körper, im Kopf entsteht ein Ideal, Gesponnen aus Ideen, durch Vorbilder gegossen und mit Fantasie versehen, im Bauch, schließlich ein Gefühl, das nicht dem Ideal entspricht, sodass du erst was ändern musst, bis du mit dir im Reinen bist, im Körper, dann die Handlung, Dirigiert durch Zwang, vollzugt durch einen Körper, weil er gar nicht anders kann, einen Ausweg bietet nur die Kunst, auf das die Hoffnung niemals schwindet, dass man durch die Kraft des Ausdrucks endlich inneren Frieden findet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017